Im heutigen Minecraft Video war ich mal wieder auf Hypixel unterwegs und habe mir dort insgesamt über 2000 Hacker angeschaut und für euch mal wieder die Besten der Besten herausgesucht und damit würde ich sagen, let's go! Okay mein lieber Rota, dann zeig mal was du so für Hacks drauf hast. Oh, TNT? Was machst du da? Oh, wait! Okay, das sah nicht normal aus, mein lieber. Okay, was hast du jetzt mit dem TNT vor? Ähm, rot, so wird das nix. Ich glaube, du solltest da mal was in deinen Einstellungen ändern. So wird das definitiv nix. Oh, Bett durch die Blöcke abgebaut. Okay, Laura ist natürlich auch wieder am Start. Und damit ist grau ausgeschieden. Ja, tut mir leid, grau. Aber ich glaube, gegen so einen Hacker hast du absolut keine Chance. Oh, blau macht sich gerade auf den Weg zu rot. Das könnte eng werden, rot. Das könnte eng werden. Oder doch nicht. Oder blau fährt einfach runter. Ja, rot, lass dir Zeit. Du hast genug Zeit, mein lieber. Oh, grün wirft eine EP. Führ-Fordner. Was? Hä? Hä? Niemals. Richtig geil. Richtig geil. Ja, damit hast du nicht gerechnet, rot, hä? Damit hast du nicht gerechnet. Oh, jetzt wäre rot, ist doch einmal mit den TNT probieren. Vorher lief es ja nicht so perfekt. Ach, mein Löwe, mein Bär. So wird es nix. So wird es absolut nix. Rot, vielleicht solltest du einfach mal dein Hecklein ausmachen. Dann wird es auch was. Ah, ich glaube, jetzt ändert dir mal was. Ja, warte mal Zeit, mein lieber. Warte mal Zeit, dass du die Runde verlässt. Okay. Ciao, mein lieber. Hat trotzdem Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Bye, have a great time. Ähm. Was hast du denn gerade probiert, Gabe? Was sollte das werden? Okay, jetzt mal mit den TNT, ja? Was probierst du, ja, Gabe? Was siehst du nicht? Da wird es nicht klappen, was du vorhast. Das klappst du nicht. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Was soll das werden? Ich gucke dir über 10 Minuten schon zu, wie du dich irgendwo hinschießt. Was ist deine Mission, Gabe? Nice shot. Oh, ein roter kommt. Und der Hacker ist allein in der Base. Oh, Verfolgungstag, ja, ja, komm. Jetzt zeig, was du drauf hast, mein lieber. Gabe, was soll der Scheiß? Hör auf, dich irgendwo hinzuschießen. Es geht... Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Typen. Ich würde sagen, wir springen zum nächsten Hacker. Ähm, mein lieber Hacker, ich glaube, du solltest dich mal ein Tick beeilen, denn Gabe baut sich gerade schon zu dir rüber. Was war das gerade? Wie hast du gebaut? Ist das irgend so eine neue Bautechnik, von der ich noch nichts weiß? Bro, warum hüpfst du mal bauen? Digga! Der ist einfach am Danzen, während der baut. Der führt es. Der führt das Bauen. Der führt das Bauen richtig. Was sollte das jetzt? Weird Flex, Bro. Weird Flex. Oh, das Finale. Blau gegen den Känguru-Hacker. Ja, mein lieber, komm. Jetzt zeig doch einmal, wie du bauen kannst. Auf geht's! Und? Warte mal. Ja, hi! Oh, ist einer stecken geblieben? Oh, ich glaube, da wurde gerade einer gebannt. Na, meine Lieben, was geht bei euch so? Alles fresh bei euch? Alles fit im Schritt? Hä? Einer von euch soll hier also hacken. Wer ist es? Wer ist es? Ist es Player Six oder Suspect? Wait, warte mal. Wollt ihr der Fall-Jure-Reportet? Wir sind beide am Hacken. Haben wir etwa ein Hacker-Team hier in der Runde? Oh, das könnte lustig werden. Jaja, der Typ ist auf jeden Fall am Hacken. Nee, nee, so schnell kann man nicht bauen, mein Lieber. So schnell geht das nicht. Hä? Der hackt auch? Gelb. Warte mal. Hä? Heißt das, wir haben drei Hackern in einer Runde? Hä? Einfach ein Hacker bei Gabe? Und zwei bei Rot? Okay, bei dem einen bin ich mir noch nicht sicher, ob der Hacker... Holy shit, hä? Okay, Gabe. Übertreib halt komplett. Digga. Hat er sich gerade runter-teleportiert? What the fuck? What the fuck? Was passiert hier in der Runde? Was passiert hier? So, jetzt hat der eine Hacker das Bett von einem anderen Hacker-Team abgebaut. Ja, ja, okay. Wir haben definitiv drei Hacker in einer Runde. Oh, jetzt macht sich Gabe auf dem Weg zum anderen Hacker-Team. Welches Hacker-Team wird gewinnen? Gabe versus Rot. Es wird spannend. Oh, Rot für FTP? Beide mit Kill auch rein und... Not bad, not bad. Und das war gerade ein ganz unnötiger Flex-Rot. Das war richtig unnötig. Warte mal. Wir sind jetzt... Die sind weg. Die sind beide weg. Hä? Bro, wie schnell kannst du denn bitte bauen? Hä? DTF? Wie schnell baust du? Er ist gerade runtergefallen. Einfach der Houston Bolt im Bed-Prost. Digga, was ist los mit dir? Holy shit, Alter. Digga, wie viel ZPS muss der Typ haben? Oh, jetzt macht er sich auf den Weg zu Blau. Blau, da ist ein Hacker in deiner Base. Blau. Hallo. Blau, da ist ein Hacker in deiner Base. Ich würde lieber ganz schnell wegrennen. Blau. Nein, nein, nein. Falsche Richtung Blau. Blau. Ich hab's dir ja gesagt, Blau. Ich hab's dir ja gesagt. Oh, hi. Ja, hi, hi. Oh, bye. Wait, warte mal. Ich glaub, der hatte kein Bett mehr. Ja gut, dann ist er gerade ausgeschieden. Aber Bro, was hast du so bitte für eine Maus? Die brauch ich auch. Ich will auch so schnell bauen können. Und du, mein Lieber, was kannst du so? Was? Hä? Hä? Bro, alles gut bei dir? Jesus, bist du das? Was für ein Hackland hat der Typ? WTF? Es ist ein Vogel. Es ist ein Flugzeug. Nein, es ist ein Bad Wars Hacker. Ähm, Green? Ich will nichts sagen, aber an deiner Stelle würde ich mich da ganz schnell verpissen. Und da wurde er auch schon gebannt. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen, Leute. Ich hoffe, mein Lieber, du wirst hier nie wieder durch irgendeine Map fliegen. Aber es sah cool aus. Das musst du nicht lassen. Es war wirklich insane. Okay, Freunde, ihr hört schon die Musik. Wir sehen uns hoffentlich so schnell wie möglich wieder, wenn ich alles gebaut habe, was ihr mir letztens in die Kommentare geschrieben habt. Bis dahin, ciao!